Lassen Sie uns ein Werkzeug ansehen, das Ihnen viel Zeit spart, wenn Sie symmetrische Skizzen erstellen. Wenn Sie eine Skizze erstellen, die symmetrisch ist, wollen Sie natürlich vermeiden, alles zweimal zu skizzieren. Stattdessen skizzieren Sie die eine Hälfte und verwenden dann das Skizzen-Spiegelwerkzeug, um die andere Hälfte zu erstellen. Hier habe ich zum Beispiel eine fertig skizzierte Geometrie. Um diese zu spiegeln, wähle ich zuerst die Geometrie, die ich spiegeln möchte. Dafür muss ich eine Linie haben, um die ich spiegle. Diese Linie kann eine Mittelachse oder eine skizzierte Linie sein. Ich aktiviere das Feld Spiegeln um und wähle die Skizzenlinie aus. Um die vorhandene Geometrie, die ich zum Spiegeln auswählte, zu behalten, vergewissen Sie sich, dass die Option Kopieren aktiv ist. Ansonsten wird die Originalskizzen-Geometrie, nachdem sie zur anderen Seite gespiegelt wurde, gelöscht. Das Spiegelwerkzeug fügt tatsächlich eine Beziehung hinzu, die die Skizze symmetrisch hält. Wenn ich einen Punkt auf der einen Seite ziehe, ändert sich der entsprechende Punkt auch auf der Gegenseite. Das Spiegelwerkzeug fügt tatsächlich eine Beziehung hinzu.